In der Barri-Programm Nr. 384 lauert den Hackwartort in Sandrasco, eine 6-jährige Horscheiner Waller vom Singular Kyoto, auch aus einer Kalakow-Mutter gezogen und im Besitz von Michael Oberschmer. Und auf Ende wurde es für die Programme Nr. 130 8.0. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020